ja was geht ab heute bin ich mit einem neuen video hier und wir sind mit einer neuen sie hatte die ganzen öfen ernsthaft mit einer neuen folge von chaos wars hier was soll ich mit den ganzen öfen machen ja ich lagere hier mal den ganzen müll in eine kiste ein was brauche ich denn alles für den netter das 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 ich habe rüstung für dich leider nicht im inventar du kannst das nicht rechts klicken ja und blöcke habe ich auch noch hier dein schwert brauchst du auch noch nimm doch komm also dass das mit den dingern hier funktioniert aber auch nicht oh also Das war's. Wo ist mein Zeugs? Moin Alter Alter Ja, danke für die Rüstung So Ja, super Gemacht Ronin, bravo Wenn ich jetzt sterbe Ach, Gott sei Dank Und ich hab keinen Plan wie, ok? Wichtig ist, dass wir zusammenbleiben Nee, eigentlich ist es nicht wichtig Ich hab keine Spitzhacke Das ist schon mal belastend Die ist dann wohl verbrannt, ne? Toll Nederwarzenblock kann man aber gut gebrauchen Kann man den in Nederwarzen umwandeln? Nee, kann man nicht Ähm Die bekomme ich auch nicht Toll Die Pilze nehm ich mal mit Vielleicht brauchen wir die irgendwann Eine Festung finden Bei diesen Verhältnissen hier ist Schwierig Die Creeper sind auch nervig Ja, ich hab kein Gold an Ich hab kein Gold an Ich weiß Ich weiß Was ist denn da drüben explodiert? Ey, wie schnell explodieren die Bitteschön Hallo? Das ist ja nicht mehr normal Ey, um dich lauf noch direkt Nein Nein Nicht sterben Nicht sterben Nicht sterben Meine Nerven Ja, wenn ihr nicht wisst Warum ich in einer Höhle lebe Und ein Teammate habe Dann schaut euch auf jeden Fall Den Livestream an Also das mit dem Teammate Rainbow Sweetie Gehört zu meinem Team Ich wäre fast gestorben Wenn ich hier runtergefallen wäre Eine Festung finden Das ist ja unmöglich Noch mehr Creeper Warum hat's denn Block nicht geplaced? Nee Viel zu viele Auf keinen Fall Ich hab keine Spitzhacke dabei Das war dumm Ja, hallo Lass dich doch Ei, 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 ei Hauptsache ist halt Dass ich Rainbow Sweetie Schon komplett verloren habe Warum bist du aggro? Was habe ich jetzt wieder getan? Ich hab den High Ground Ja, also mein Hund wäre heute schon dreimal tot Wenn ich den mit in den Nether genommen Ja, danke Jetzt sind beide aggro Ah, gebraten Nein, jetzt falle ich auch noch rein Noch ein Creeper von hinten Da bin ich ja direkt weg Weg mit dir Du blödes Ding Danke für den Staub Aber ein Gast habe ich hier auch noch nie gesehen Mann, aber das ist ja auch alles nur dieser netter Wald Och nee, so viel Ich hab den, ich hab das hier auch noch nie gesehen Und das ist ja auch noch nie gesehen Und das ist ja auch noch ein Vergeist Und das ist ja auch noch eine neue Angelegenheit Von was? 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 Hast du mir eine Spitzhacke? Hier sind doch keine Monster. Sie wohnt in einer Höhle. Boah, aber wir sind hier auch wieder am Arsch der Welt. Dann gehe ich halt auf Monsterfarm-Tour. Ein Händler. Moin, was tradest du? Nichts besonderes. Ein Küken. Nice. Warum ist hier ein Creeper explodiert? Skelett. Ja. Ja. Ah, dort ist das Portal. Ja, ich kann jetzt nicht in einem Bett schlafen. Sorry. Skelett. Noch eins. Ach komm. Noch ein Baby-Zombie. Hast du mich von hier getargetet? Ah, das wird kritisch. Hahaha. Schieß doch. Oh, scheiße. Hat mich getroffen. Nö, ich bin dann mal weg. Hey komm, wie nervig können die Monster denn sein? Nein. So, unbedingt den Respawn-Punkt setzen. Ähm, wo habe ich denn die Spitzhacke hingelegt? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Wie er seinen Kisten verdient. Oh, oh. 5, 6, 1, 50. Das ist ihre Base, ne? Willst du solches Zeugs haben? Darf ich ihn töten? Hm. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ciao! So, bye! Die sind so nahe hier! Die sind ja die Rectum Spawn. Die sind so nahe hier! Die sind so nahe hier! Die sind so nahe hier! Ich brauche einen Creeper! Der muss mich unbedingt verfolgen! Ah, in Nether hat es unendlich Creeper! Aber wenn man hier mal einen braucht, ist weit und breit keiner oder was? Creeper, Creeper, Creeper! Jetzt weiß ich wo seine Base ist, das heißt ich weiß wo ich trollen kann! Es sind nur noch wir zwei! Ich muss unbedingt ihn killen! Ich habe aber schlechtere Rüstung als er! Aber ein besseres Schwert! Und er hat nur ein Steinschwert! Ich habe keine Spitzhacke! Das ist die nächste extraordinary! Nein, 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 nein!